Wir, die Schüler der Klasse 9a aus dem steuerlichen deutschen Gymnasium Riga, haben das Gedicht von Manfred Hausmann in den Riener Stadtmusikanten aufgeführt. Ein Esel, schwach und hoch besagt, ein Hund, voll Atem neu geplant, ein Katzentier mit stumpfen Zahn und einem Topfen mit nachahmen. Die trafen sich von ungefähr und rieten hin und rieten her, was sie wollen unternehmen, dass sie zur Nahrung kämen. Ich kenne es, ich kann die Laute schlagen. Ja, Bunga, Bunga, Bung! Ich kunde es bitte auf dem Wagen. Rabau, Rabau, Rabau! Ich kann sie gerade den Wagen fühlen. Miau, miau, miau! Ich kann dann mit Gesang mich hören. Kick, kiri, ki, kiri, ki! So kommen Sie dann überall. Sie wollten Musikanten sein. Ich könnte es voll auf Erden. Zuerst im Prämiegarten. Die Sonne ist am Tag. Der Wind ging ganz. Sie trugen durch den Blundenland. Die Sonne ist am Tag. Da fanden sie ein Räuberhaus, das sich schön in die Nacht hinausfiel. Der Esel, der durchs Fenster ist da, muss anfangs nicht wie ihm geschaut. Ihr Kinder und ihr Leute, was bringt uns da für Beute? Der Füße lässt ins Fenster stellen. Der Hund auf seinen Rücken schmeckt. Und auch den Hund die Katze wieder. Zu oberstlich der Hals ist wieder. Das Räuber folgt zu Tisch und saß. Man schlägt und lacht, krank und aß. Wir sind beraten und fahren aufs Handy raus. Wir sind beraten und bleiben nicht zu Haus. Schiffahäu! Schiffahäu! Und plötzlich brach durchs Fenster der Sturm der Hand der Spenster. Schiffahäu! 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 Wenn der Nachts im Haus zu ruhen und heimisch zu erhüllen, wie denn die Dicke Stürmme. Mit ein, zwei Seifen sich zerfließt. Sein linkes König ist Meister. Sein Ereign hat getraut und entrufen. Sein Herz erschreckt von mir den Ruf. Er lief und liegt durch dich quer, als kam der Läufer hinterher. Da fahrt es bei den Tieren ein großes Jubiläer. Wuuu! Ja, bamba, 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 bamba. Rabau, 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 rabau. Jaaau, miau! Kikiriki, kikiriki! Danke, wir haben hier den Esel. Edgar Schalsack. Die Katze. Alles kalt. Der Hund. Der Haar. Der Haar. Der Sieher, die Jungs. Die Räuber. Ganz per Fabrik. Kuna Eglise. Artis Werner. Rammel. Der Zoll. Die Sprecher. Yvonne. Anneliese. Mano Latzer. Lieber Adol. Die Sonne. Elis Bumberg. Und der Wegweiser. Martin Stell. Und der Wegweiser. Und der Wegweiser. Danke schön. Rammel. Danke. DS G Untertitelung des ZDF, 2020